Hallo meine lieben Zuschauer, heute werde ich Guima kochen, ein der künstliche Gerichte der aserbaidschanischen Küche. Dazu werden 200 Gramm Mehl, 250 Gramm Oil, ein Teelöffel Kurkuma, ein Teelöffel Salz und ein Liter Wasser benötigt. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, darauf klicken und Ihre Ideen und Wünsche schreiben können. Ich liebe euch alle, auf Wiedersehen! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020